So, ihr habt das Ganze soweit... Habt ähm... Kineta Pro-Schokolisator fertig. Protect. Kineta Pro-Schokolisator. Protect 1.1. Ihr habt den Kineta Pro-Schokolisator fertig und habt euch wahrscheinlich nochmal einen halben Tag lang ausgeschlafen und dann vorbereitet auf die Reise nach Horizon. Denn das ist schon nicht ohne. Und ihr habt wahrscheinlich die letzten Tage jetzt nicht wenig Schlaf gehabt, weil ihr halt in der Kord die Version 1.1 fertigstellen musstet. Nachdem die ersten sich in einem Google-Schuss aufgelöst hat. Welchen Schuld war das? Es ging um Schuld, es war ein Testlauf. Ich wüsste ja noch, aber ihr braucht Fehlschläge, sonst kann man noch nicht zum Ergebnis kommen. Was ist ein Ergebnis ohne vorher ein paar Fehlschläge gehabt? So haben wir das erstellt, wie gut das jetzt ist. Genau. Das sind wir ohne lieber als dieses komische Technik-Mambo-Jambo. Ja, das war die ganze Technik, das war alles Honomojo, das ist ja die Physik und so, das ist ja totaler Bullshit. Das grenzt ja schon fast nah an die Technikspartier. Ja. Alle verbrennen. Immer alle verbrennen. Ansonsten, ja, ihr habt Vorbereitung getroffen, das heißt, ihr habt euch wahrscheinlich irgendwie ein bisschen prinzipiale Reisefest gemacht, werdet halt euer magisches Stuff mitnehmen, das ihr so mitnehmen, weil es halt cool und wichtig ist. Wahrscheinlich jeder irgendwie Rucksack will, Kleidung und solchen Dingen, weil es halt auch wichtig ist. Jupp. Jupp. Und werdet euch dann auf den Weg machen nach Horizon. Das heißt vor allem halt, es geht durchs Umbruch. Dafür wird man sich hinstellen und ein Portal aufmachen. Wahrscheinlich irgendwie, ich habe mal einen Garten, weil da der meiste Platz an einem Ort ist, im Gebäude. Andere Orte leiden so ein bisschen darunter, es hat immer alles sehr, also es hat alles kompakt gehalten, das ist halt schwer, ein großes Portal aufzubauen. Der Garten ist da etwas gnädiger und es gibt wahrscheinlich auch einen Baum, den man so gezüchtet hat, dass es halt so eine Bogenform hat, dass man den für das Portal nehmen kann, als Anker. Und macht sich dann auf den Weg dahin. Für euch, die Reise ins Umbruch sieht wie folgt aus. Es erscheint dieses Portal und dahinter erscheint halt alles vor allem erstmal farbenreich und intensiv. Man guckt halt, das Umbruch ist halt schon eine Bielerspielung der Realität, das heißt man kann es aber auch ein Stück weit durchschimmern und je älter Dinge sind, umso mehr erscheinen sie auch im Umbruch. Das heißt, eure Bohrinsel wird halt im Umbruch, die ist halt deswegen recht stark vertreten, weil das halt hier alles magisch ist. Und die Verbindung zwischen Umbra und Realität hier sehr, sehr dünn, weil die halt alle magische Tiefe hat. Das heißt, die ist da sehr stark repräsentiert. Andere Gebäude brauchen natürlich auch ein paar Jahrzehnte oder sowas. In Städten mehr, weil da der Tönesgürtel halt enger ist, also dicker ist, weil dort halt mehr Technokratie ist, die daran arbeitet. Hier ist es halt so dünn, dass man teilweise schon das Gefühl hat, wenn man im Zimmer ist, von jemandem halb im Umbruch reicht. Oder halb im Umbruch verbunden damit, weil es halt so dünn ist, weil die Magie hier so nah an der Realität ist. Und im Umbruch gekommen wird halt, wir werden das leiten. Ich vermute mal, dass, wo habe ich ihn hier? Katashi? Nee, Einmal Urlaubser wird das leiten. Das ist ja Metika. Weil der hat die Formeln. Also, Ali Ahmed hat das Problem, dass er immer noch ein junger Mann ist. Der ist halt tatsächlich auf magischer Ebene, ist der einfach noch nicht weit. Der hat einfach nur den Vorteil davon, und Bauer gibt das Geld, um dieses Ding hier zu kaufen. Deswegen hat er etwas zu melden. Der ist doch schon bei Daddy. Ja, genau. Er hat einfach keinen, also, der ist vom Arete wert, den meisten Anleitungen unterlegen. Wenn er mit 4 schon gut weit sei, mit der wird er natürlich bei 2 oder 3 vielleicht sein, wenn überhaupt. Und das höchste, was er hat, sind wahrscheinlich welche, die über 6 oder 7 sind und die werden das halt liken. Wobei, ich könnte besser, Jamal wird das machen. Der wird wahrscheinlich am meisten Ahnung von Geistern haben, als Kult der Ekstase Anhänger. Der wird sich da regelmäßig wahrscheinlich damit mehr zu tun haben. Das heißt, der wird halt sich vorher gut einen durchziehen. Und auch auf dem Weg jemandem ständig etwas anbieten. Nee, der ist doch eigentlich nicht aufdringlich. Das ist halt euer Ding. Wenn ihr einen Horizont nicht erweitern wollt, ist das euer Problem. Ich brauche gerne was, wenn er mir etwas anbietet. Ja, also der wird halt jedem vorher auf jeden Fall einen Joint anbieten, bevor es losgeht. Von mir jedenfalls noch mal ein Ziehen. Ein bisschen Sinn erwarten, aber es leichter wird, loszulassen. Ja klar, der hat super gutes Zeug. Ja, Mann. Der hat nur das Beste. Sonst wird auch Widerstandsfähigkeit. Widerstandsfähigkeit und Sportlichkeit. Und Sportlichkeit. Gibt es auch so Umbrachbücher? Dazu kommen wir gleich. Gegen was? Sechsen. Zwei auf Olbe. Okay, du kommst uns so ganz gut damit klar, dass du gerade Stone bist. Aber trotzdem, gut ist es euch. Ja, auf jeden Fall. Möchte sonst noch jemand probieren? Nein. Nein. Bin ich so Widerstandsfähig. Nein, die Überlegung sei nicht, ist ja nur Widerstandsfähig. Das ist doch nicht so, ob es zu deinem Charakter passt, sowas zu machen oder nicht. Auch nicht so wirklich. Das ist für mich nur riesig. Das ist für dich nicht. Mein Körper ist ein Tempel. Ich würde meinem Körper niemand etwas antun. Sagt dir am Tempel, sich nach hinten guter Anruhe zu kaufen. Das ist ein bisschen heiß. Ja, im Umra selbst, also es gibt im Umra so Dinge wie Brücken und sowas, mit dem, das braucht ihr aber nicht. Ihr seid Magier. Wenn ihr im Umra ist und jemand habt, der euch nutzt, also jemand, der Geister dreier oder höher hat, dann könnt ihr quasi im Umra beliebig reisen. Ihr müsst nur wissen, wie ihr hinwollt und den Weg dahin finden. Und das ist halt quasi so ein bisschen wie fliegen oder durchwabern. Das ergibt sich halt einfach. Man bewegt sich da halt einfach durch. Dafür braucht man halt, also wer wir für brauchen, dafür halt Brücken, Magier sind da freier. Die können halt einfach. Die können auch Türme finden mit Rätseln. Ja, wenn die da sind, könnt ihr die sehen, aber das ist einfach so unwahrscheinlich, dass man Leute trifft. Okay, also könnten wir theoretisch da auch andere... Ja, ihr könnt auch andere Magier treffen. Wir haben halt auch ein anderer Wesen, aber man trifft halt am meisten Geister. Weil das halt die Welt, der Geister ist. Wir können auch oft Türme treffen, in denen man Rätsel lösen muss und sowas. Ja. Der Punkt ist der, die Wege zu den Horizonten sind halt gut bekannt, weil da geht man halt häufig genug hin, sodass es halt recht einfach ist. Wenn ihr jetzt nach in die Traumwelt wollt oder nach Malfeas oder in irgendwelche Hochreiche von philosophischen Ideen. So, es gibt sicherlich einen Kant-Reich, wo alles genau nach Kants Welt nicht funktioniert. Also für jeden hohen Philosophen gibt es ja ein Reich, wo das eine Idee gibt. Es gibt auch ein Reich, wo alles in geometrischen Formen, das ist das Wort, was ich suche, dargestellt ist. Das Flächenland. Ja. Das gibt es. Das ist halt, da müsst ihr davon ausgehen, dass ihr dann voll wahnsinnig werdet, weil es halt euch die Intelligenz und die Geisteschef fehlt, um das voll zu verstehen. Aber es gibt es. Es gibt die Hohenreiche. Das brauche ich aber nicht jetzt diese Woche. Ja. Die Reise nach Malfeas ist halt recht einfach, weil ihr kennt den Weg und seid halt dementsprechend schnell da oder halt bequem da und kommt an in einem großen weißen Torbogen auf dem Garten eines riesigen Schlosses. mit einem Haufen weißer Türme, die sich dort in die Höhle ziehen, neun Stück, um genau zu sein und alles schön ordentlich hergerichtet. Schon eine lange Gärten. Man sieht überall Magier rumlaufen, die über Dinge reden. Hier ist halt gerade auch Highlight, weil alle kommen hier hin. Man weiß halt, dass im Kern des Schlosses gerade der Rat der Neuen Tag, das heißt, da ist halt auch wichtig und draußen sind halt Leute, die Dinge tun. Und wo steht Magier, führt irgendwelche Effekte vor. Dann steht da eine Hexe, die gerade auf dem Besen durch die Gegend fliegt und dabei von Zentri Awesome der neue Besen, den sie da hat, doch ist, den sie gemacht hat. Alles, alles erdenkbare in Magie tonet hier wahrscheinlich irgendwo rum. Cool. Wow. Ich bin voll begeistert und gucke mir mal alle möglichen Dinge an, die es hier so gibt. Und gucke mal, ob es vielleicht auch den einen oder anderen Sohn des Äther gibt, garantiert. Indem ich meinen Kineta Pro-Schokolisator vorführen kann. Oh ja, ganz schnell begeisterte Leute von. Du hast ja zum Beispiel eine etwas ältere Frau, die halt so kybernetische Katzen dabei hat, so ein Dutzend billiger, die sich halt begeistert Dinge anguckt. Und dann auch so Leute, die sich ja auch schnell klar, du kannst das vorführen. Du kannst halt auch Leute begeistern, die dann halt, nachdem du das vorgeführt hast, und dann drunter stellen und das ausprobieren. Und dann können sie auch mal Schokobonbons vor sich liegen. Ja. Anstatt erschossen zu werden. Ja. Auch gut. Ja, das funktioniert. Das ist voll gut. Also ich erkläre natürlich, dass das noch ein Prototyp ist und dass wir noch daran arbeiten müssen, dass die Schokobonbons zu sehr zerwatschen und man hätte auch über verpackte Schokobonbons nachdenken können. Aber wie gesagt, das war ja erstmal nur eine Grundidee und aber an sich sind wir mit unserem Projekt da schon ganz zufrieden mit dem Kineta Pro Schokobonisator. Nach einer halben Stunde von seinen Monologen reicht es mir dann und ich suche jemanden, der mir das dem mag, was ich ja noch lernen will, aber noch her, weil ich kann, näher bringen kann. Hast du dir durchgefuckt, wie genau und dem mag, um zu sehen, was genau es ist? Also ich brauche auf jeden Fall einen Entropie-Punkt und da mit der Entropie erfahre ich dann, wo die Schwachpunkte meiner Gegner sind und dem mag ist quasi ein Kampfsport, der genau diese Schwachpunkte ausnutzt und das gibt mir halt einen Schadenspunkt mehr. Das heißt, du wirst da halt Mönche finden, die halt diese typische Schauligen-Kampf-Dinge durchgehen und da findest du halt auch welche bei, die dir halt erzählen von, ja klar, kennen wir hier und dir das vorführen können. Kann ich es nun leider nicht umsetzen, aber... Richtig, aber sie üben es mit dir und sind halt bereit, dir Dinge zu zeigen und sind hilfsbereit und so dann... Also... Sie... Sie bringen... Das ist halt ein Vorführen. Dir wird halt schon klar, dass wenn die das komplett beibringen sollen, dann warten die da auch was für. Das heißt, im Normalfall halt irgendwie... Quintessenz oder was anderes. Toll ist, es ist halt effektiv eine Formel und die Formel wird halt auch gehandelt, aber das Vorführen und die Möglichkeit von... Natürlich könnten wir dir das beibringen, ist halt vorhanden. Was macht... Ich hab den Namen vergessen. Rylan. 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 Und was es hier an anderen Hermitigern gibt, die auch mit Runen arbeiten, was der neueste Trend in Runen so was so sagt. Rune up to date. Es gibt ja es gibt ja einfache Runen, da gibt es natürlich komplexe Runen, die so mehrere Eigenschaften in sich verbinden und bisher kenne ich halt nur so einfache, die ich dann quasi kombiniere, aber halt die die halt nicht als die Rune an sich selbst kombiniert sind, sondern die haben einen einfachen Effekt. Was gibt es denn hier so für... Also das erste, was du findest, was mit Runen zu tun hat, ist eine... Wer bällert irgendwie an so einem kleinen... Sitzt halt irgendwo an einem Pfad, wo du halt reingehst und dich umguckst und hat halt vor sich so Runen, die in Knochen geritten sind, mit denen sie halt scheinbar irgendwie würfelt und dabei... und sich die dann halt quasi anguckt, wie die fallen und das halt irgendwie beobachtet und hebt sie dann wieder auf, tut die in den Beutel, mischt die durch, nimmt dann wieder ein paar Runen raus und würfelt die auf den Boden. Ich frag dich mal, was sie dann macht. Was ist das denn? Das sieht interessant aus. Was für Spachan sprichst du? Englisch und Isländisch. Du hast das Gefühl, sie zu verstehen, aber das ist ein sehr stranger Akzent, den sie da gerade an den Tag legt. Englischer Akzent? Nee, also walisischer Akzent. Also sie spricht ein Englisch, aber ein echt walisisches Englisch, also schon übel schwer zu verstehen. Ich würde es jetzt gerne vorstieg machen, aber tatsächlich kann ich das nicht gut genug dafür, aber sie spricht halt ein walisisches Englisch, also du hast dann echt Schwierigkeiten zu folgen scheinbar, aber es geht halt aus den Grundzügen und sie zertiert sie das scheinbar an. Sie liest die Zukunft aus dem Schicksal der Knochen. Interessant. Hab ich auch nie gehört. Setz dich. Vielleicht kann ich dir auch ein bisschen was über dich erzählen. Ja, ja, gerne. Ich setz mich hin und lächle sie an, freundlich. Ja, tu mir den Gefallen zu über den Skam. Das ist die, die übrig bleibt oder die gesamte? Die übrig bleibt. Ein Erfolg. Ein Erfolg. Gut. Ich muss mir kurz ein bisschen meine Unterlagen blättern. Kannst du mir Gedanken lesen? Manipulieren? Nein, nein. Zeit und irgendwas wahrscheinlich. Zeit und Geister. Entropie? Entropie. Entropie. Entropie ist die Zukunft daraus ein? Achso, ja, stimmt. Boah, es gibt zu viel. Geht das? Soll ich mich in den Fissen hinlegen? Das soll ich... Nee, du müsstest dich einfach gerade hinsetzen. Das geht aber nicht, weil dann meine Beine auch nicht mehr Ja, meine Beine knicken auch nicht, wenn ich mich nirgends bin. Ja, richtig. Ja, was passiert? Du siehst... Also, du... Sie würfelt halt diese Knochen und fängt halt an quasi zu erzählen, was diese Knochen bedeuten und du siehst halt, wie das in so kleinen Schaubildchen sich vor deinen Augen materialisiert. Du siehst da Bilder von wie von Lehre, von Weisheit, von Zugewinn. Du siehst Bilder von dir selbst, wie du Bücher wählst und hast das Gefühl, als wenn du es überschaut, wie du große Formeln entwickelst. Im nächsten Bild, also da vorne, da siehst du die Einbild, wo du irgendwie in einem großen Kampf bist. Du hast dann irgendwie einen Stab in deiner Hand und daraus schleuderst du halt irgendwelche Geschosse von dir weg. Und dann siehst du Bildnisse davon, wie irgendwie du den... wo du halt irgendwie Carl Stevenson siehst, der halt irgendwie scheinbar gerade gefesselt ist und von mehreren Personen in schwarz weggetragen wird, weil du versuchst, da hinterher zu rennen. Dann siehst du wieder Bilder, wie irgendwie als... wie... wie mit mehreren Leuten hier scheinbar in einer großen Studienhalle sitzt. Ja. Und dann ist es vorbei. Richtig. Gutes Zeug, was der Jamal da hatte. Also du siehst ja diese Bilder vor dir und sie beschreibt halt... ähm... und guck... äh... und... beschreibt halt einfach das, was da passiert und das halt in Worte zu fassen, damit es dir auch begreiflich scheint. Also sie sieht das halt auch. Scheinbar. Wobei du dir nicht sicher bist, wie viel sie dich tatsächlich gerade kognitiv wahrnimmt von dem, was sie da erzählt. Dann frage ich das nach. Das ist die Zukunft? Das könnte die Zukunft sein. Wie weit... Ich weiß nie zu 100% was passiert, aber es gibt einen Ausblick auf das, was man erwarten kann. Wie weit in die Zukunft? Gut, das weiß ich nicht. Es muss auch nicht zweigweise so passieren, aber es gibt dir vielleicht ein Bild, was dir dabei hilft, zu verstehen und dich vorzubehalten auf das, was du erwarten kannst. Mhm. Danke. Bitte. Man hat seine Künstler nicht ohne. Da stehe ich wieder auf und danke mir nicht herzlichst und gucke mich halt genauer so ein bisschen weiter irgendwas hier an. Coolen Wesen und so was auch immer. Als nächstes findest du halt irgendwie, da stehen halt auf einer Wiese zwei Typen in Roben, die halt beide so armlange Stäbe halten und dann immer wieder auf sich schleudern irgendwelche Geschosse aufeinander zufrieden und der andere wehrt ihn dann halt ab und wirft dann halt selber ein Geschoss. Die Schenzen gar zu jubilieren. Mange Stäben mit so Netzen drin und wie werdet ihr damit? Nee, nee, nee. So Stäbe, so Finger dick, arm lang und da kommt dann halt voll ein Geschoss aus der Spitze raus, wenn die den schleudern. So, wenn die das mit dem Währung machen. Ein Zauberstab. Ja. Sag doch gleich Zauberstab. Es gibt ja verschiedene Zauberstäbe. Nicht so ein Gandalf-Zauberstab, sondern wäre so ein Harry Potter-Zauberstab. Vielleicht ein bisschen länger. Gucken wir noch noch ein bisschen an. Gucken wir das gerne für eine Weile an und dann absatze ich. Also, es scheint irgendwie, wie du halt mitbekommst, das sind dann auch mehr, die ich angucken, ist das ein Duell zwischen einem Quartierter vom Orden des Hermes und einem Euthanatos und am Ende gewinnt tatsächlich der Euthanatos. Aber es ist halt ein fairer Wettstreit, sodass es halt die streiten gerade scheinbar um irgendwas, wo sie sich wegen etwas im Zwist hatten und damit beenden sie das halt. Dass es halt nicht weiter darum gekämpft wird, sondern das haben wir so gecheckt. Wir haben jetzt einen Kampf, der das ausrechnet und danach ist es gut. Dann haben wir geklärt, wer recht hat. Dann gibt es einen üblichen Applaus am Ende. Ja. Ihr könnt halt effektiv momentan erst mal ein bisschen Zeit damit zu bringen, euch da rumzugucken, um halt so coole Dinge zu sehen. Und trefft euch wahrscheinlich abends in einer der großen Hallen, unter einem der großen Türme, um halt da den Kineta Pro-Schokolisator einmal vorzustellen. Protect 1.1 Der Kineta Pro-Schokolisator Protect 1.1 Für aus, bitte. Ach so. Der Kineta Pro-Schokolisator verbindet die praktischen Eigenschaften eines Schutzschildes mit den wunderbar herrlichen und friedenstiftenden Eigenschaften von Schokobomons. Was gibt es sinnvolleres als Gewalt mit Schokolade zu beantworten, meine Damen und Herren? Um dies möglich zu machen, haben Riley, 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 Ragnason, Akira Lee und meine bescheidene Wenigkeit, Valerian Steinhauer, den Kineta Pro-Schokolisator 1.1 oder kurz Protect 1.1 entwickelt, erfunden und umgesetzt. Deckt, mitgebracht, umgesetzt. Du wirst wahrscheinlich, boah, ich stelle mich neben das Ding. Stellst du mich neben das Ding? Ich habe das vorher richtig eingestellt, dass es groß genug ist und so weiter. Und schließe auf, meinen Kollegen. Ich schließe so ein bisschen dran vorbei, falls es ist wieder doch nicht. Ich lasse auf Schusswaffen. Schusswaffen plus. Geschick. Ding mal geschickt zum Treffen. Hast du schon überhaupt Schlusswaffen? Ja, ja. Wir wissen es etwas. Hättet uns aber auch einfach geschickt, das hätte Friede ist. Oh, da haben wir drei Erfolge. Wenn es nicht drauf ankommt, dann wirklich richtig gut. Du schuldest es also schon mal dem vorbeizuschießen. A, neusten Kugel verweindet sich halt beim Eintritt in die Sphäre des Pro- äh, Kine- Schokolade in drei kleine Schoko-Bombons, die mit Vollsprung auf den Boden klatschen. Ich hebe eins auf. Es ist die Mängel Juhl. Meine Damen und Herren, Sie sehen nicht nur, dass die, dass das Projektil in Schokoladenbonbons und gleich drei Schokoladenbonbons für nur ein Projektil gewandelt wurde, sondern auch, dass es in ein wunderbar schmackhaftes Schokoladenbonbon gewandelt wurde. Ich gebe zwei Leuten, die vorne sitzen und wo man... Jetzt wird sie sicherlich noch interessieren, wie das Ganze funktioniert. Vom Prinzip her ganz einfach. Ich boxe in die Seite. Ja, hast du mir fein gemacht. Halt dich kurz. Nicht beraten wollen, oder weil du glaubst, dass du es langweilig ist? Halt dich kurz. Vom Prinzip her. Es wollen noch andere Leute vorstellen. Ich mache es hier ganz kurz. Wird die genetische Energie gesammelt und die Äther-Energie umgewandelt. Dafür gibt es eine Äther-Brennkammer. Details müssen jetzt nicht interessieren. Daraus wird wieder Energie ausgeschleust und in einen Materieumwandlungsstrom fokussiert, auf das Projektil geleitet, welches dann in eben diese Schokoladenbonbons umgewandelt werden. Denkbar sind auch andere sinnvolle Gegenstände, wie die lassen sich ihrer Fantasie freien Lauf. Wir hatten verschiedene Sachen durchdiskutiert und haben erstmal für den Prototypen Schokoladenbonbons als Mittel der Wahl gewählt. Es wurde demokratisch abgestimmt. In der Arbeitsgruppe. Und dass du einen Vortrag null hast, machst du das aber... Psst. Ich fasse mich hier auch richtig, weil ich fasse auch ein bisschen. Du laberst halt Bullshit. Ich finde das voll sinnvoll. Ja, es ist okay. Du laberst halt Bullshit. Ja, aber die Menge ist begeistert. Ja, die Menge ist begeistert. Die überjubelt. Einer wird hinterher wahrscheinlich jetzt zu euch zukommen und euch gratulieren. Das habt ihr echt gut gemacht. Das lässt auch das Refugium gut dastehen. Das ist schön. Das hat gut geklappt. Felsi. High Fives. Kriege ich für meine Ausführung mit Willenskraftpunkt zurück? Von mir aus. Juppi. Also du hast irgendwo noch Reitungen gehabt vor, oder? Ja. Hat sich die... Interessiert der da auf mich zukommt und interessiert der sich genauer für die Funktionsweise? Es gibt sicherlich Leute, die fragen, wobei man das halt... Also du weißt halt auch, das ist halt etwas, was man nicht preisgibt, wie genau das funktioniert. Also die Leute werden halt also nachfragen, wenn du vor allem um Persön des Älters kommst, halt nachfragen, wie genau du das machst. Ganz genau würde ich es ja nicht verraten. Richtig. Da wird halt mit gespielt. Es wird halt getestet, wie weit du bereit bist, Dinge zu verraten und was erfährt, was man dann selber wieder nutzen kann. Nee, also das Gerne des Ganzen wird nicht verraten. Das ist geil. Das generelle Prinzip, das ist ja nicht schwer. Kinetische Energie gleich Umwandlung gleich Schoko-Wumans. Genau. Mehr Kinetische Energie heißt mehr Schoko-Wumans oder mehr Wasser heißt mehr Schoko-Wumans, weil wir eine Überladung verhindern wollen. Die Energie muss halt irgendwo hin. Wir haben es in der Tat noch nicht mit größeren Projektiven ausprobiert. Hat einer einen Panzer? Ja, tatsächlich gibt es draußen Leute was von den Service Ethers hat eine neue Waffenläufer-Plattform gebaut. Im Endeffekt einen Anzug, den man reingeben kann, weil hinten ein Haufen Kolben drauf sind und solche Dinge, der dann halt, das hat quasi so ein Full-Buddy-Anzug, so ein Steafunk-Montur ist, der halt große genetische Geschosse schießen kann. Hat der auch was mittelgroßes, womit man mal anfangen kann oder irgendwie eine Automatik? Kleines halt für Anfänger. Automatik gehört irgendwas? Kleines halt für Anfänger. Also er kann das große Gehör auf Automatik schalten. Wollen wir das mal ausprobieren? Wollen wir das wagen? Ich meine, ich weiß nicht, was passiert, wenn er mehr Energie hat. Wahrscheinlich überlebt das Ding einfach, weil es zu viel ist, aber vielleicht kann ja auch eine riesige Stunde geladen, man morgen explodiert. Ja, das wäre der, also ich würde es ja drauf ankommen lassen, oder? Wären die bereit, zum Projektil dafür zu Opfern auf uns zu schießen? Wieso? Da muss doch keiner von uns drinstehen in dem Ding, das Ding ist. Schaffen, wenn ich selbst zu seinem Experiment stehe. Aber ich meine... Die Sünde ist eh, dass du dann echt eingeschnappelt bist und dann nicht selbst dann drinstehst und zugibst, dass du so was Tolles gemacht hast. Das ist ja... Also kann das ja nicht so gut sein, wenn man da nicht zu steht? Natürlich stehe ich dazu. Du stehst ja mal mir vorbei, oder? Ich will halt nur wissen, ob die dazu bereit sind, eines ihrer wertvollen neuen Projektile zu opfern, weil das ist ja eine neue Waffe. Das ist ja in Ordnung, weil für mehr Wissenschaft ist es immer richtig egal. Für Schubbomber mittlerweile. Zwölf. Check. Wieso könnte sich das gleich entlassen? Unter Umständen. Ich gucke mal, was passiert. Naja, auf jeden Fall. Also ich mach das. Ich stelle das, ich prüfe nochmal. Aber vom Prinzip her wäre das ja genau darauf ausgelegt, dass es eben nicht überlebt, wenn größere Sachen passiert. Der Grundgedanke war ja eben genau dieser. Also es soll ja nicht sein. Dafür erst nichts für die Schubbomber. Wenn jetzt ein großer Haufen Schokolade... Es ist noch keiner an Schokoladenbomber gestorben, außer er ist Diabetiker. In meinem Bereich ist halt so... Ihr werdet dafür rausgehen, weil da drinnen schon wieder ein Sollautantik geht halt irgendwie draußen auf eine Wiese, bereitet das halt vor. Dieser Dampfanzug betreten, ich meine, der ist in seinem Voranzug 2,50 Meter groß und irgendwie 1,5 Meter breit und hat halt extra vorne so Leuchten reingebracht, die halt grün da vorne wegleuchten, weil es böse auszusehen und wahrscheinlich den Mund auch irgendwie so ein bisschen so in der Form von einem Drachen also der kommt ein bisschen Drachenform damit er böse aussehen kann und es auch beeindruckend ist. Abgefahren. Kann man den vorbestellen? Hä? Wir arbeiten noch dran. Wir haben schon reichlich Kunden, die den haben wollen. Oh, okay. Baut... Setz dich da rein, das Ding aus, du stehst, da wird das Ding in der Hand wahrscheinlich ein bisschen am Zitter, weil egal wie sicher du in deinem Ding bist, ich mache einen auch ganz cool. und ich würde das Ding übrigens bitte neben mich legen wollen, weil wenn das Ding doch explodiert, ich mache nochmal meinen Kapuze, meinen unzerstörbarer Kapuzenpulli zu, ich setze meine Kapuze auf, es ist kalt hier, oder Leute? Wir wissen ja nicht, dass es ein unzerstörbarer Kapuzenpulli ist. Ja, aber du weißt ja, wie gut der gegen Einschlagschäden wirkt. Ja, ich fliege trotzdem durch die Gegend, aber dann habe ich die Splitter wenigstens nur am Pulli und nicht im Körper. In den Beinen aber schon. Ich wollte sagen, deine Hose hast du noch nicht. Kann ich, passt das Gerät in meine Tasche von dem Puten? Ich glaube tatsächlich eher nicht. Ich denke davon, dass es so eine Größe hat von einem Football. Ja, ich hatte jetzt mal so eine Größe gedacht, so wie groß ist. Ja, ich denke, dass es hinterher ein bisschen größer ausgefallen mit den Kolben abstehen und so was. Es ist halt auf jeden Fall zu groß und es vernünftig in die Tasche zu packen, ohne etwas abzubrechen. Ja, also nicht auf dem Bogenfolgel. Er drückt ab. Du darfst dir bitte mal zwei Parade ausreich streichen. Wegstreichen? Oh, das ist nie gut. Das heißt, er laden sich. Und ihr seht halt einfach aus, wie dieses Projektil fliegt da dran und in dem Moment kommt das halt bei einem riesigen Haufen Schokobonbon, den er einfach hinschwemmt. Das Ding hat halt so viel Kraft, dass es halt immer so ein bisschen da, wo er gerade war, ist es beim Berghaus Schokobonbon. Da hast du nochmal zwei Schlagschaden für Gutschein, weil Schokobonbon ist eine Richtung auf dich drücken. Das heißt, also zwei schades Kästchen, oder? Ein Strich, also das ist halt nicht schlimm, das kann man doch gleich verarsten. Aber du wirst dann gerade quasi von Schokobonbonbon zusammen gedrückt. Drumherum lachen die Leute von Begeisterung. Ihr seht wie aus diesem Schokobonbonberg ein Arm triumphierender draußen steht. Es funktioniert! Es funktioniert! Ich habe doch gesagt, wir hätten irgendwas Haben die eine andere geschnackt? Nein. Im besten dieselben Schokobonbonbonbon für alle! Sie hätten es hier platt gedrückt. alle. Was halt wahrscheinlich auch von oben auf dich drauf gedrückt hat, als sie da aufgekloppt sind, dass er der Schmerz auch so tanze und machte, weil die halt der Mangel an Lage in der Ecke gehen hat, die hat mich berücksichtigt immer noch nicht. Aber im Prinzip besser als von dem riesigen Projektil getroffen zu werden. Ja, okay! Es funktioniert! Jeder hat auf einmal Schokobonbonbons und ist sehr zufrieden. Voll geil! Hi-Files! Und danach kommt wahrscheinlich ein anderer Wissenschaftler, der gerade einen Putzroboter gebaut hat und gefragt hat, ob er die Sauerei für euch wegmacht. Soll er, möchte der eh sein Putzroboter vorführen. Weil sie dann wie bald gerückte Schokoboter Wie so Sauerei, sagen! Auf dem Gasenboden. Das heißt, die unterste Ebene davon wird wahrscheinlich keiner essen wollen. Ja, ja, die unterste Ebene ist okay, aber da drüber sind ja pure Schokoladenbomben. Außerdem dauert es halt im Moment, dass man sich da wieder rausgebuddelt hat, dass der Schokoboter ist. Ja, das ist okay. Ja, das ist okay. Ich evakuiere natürlich auch den Kinet... Kinet... Kinet Pro-Schokolisator. Kinet Pro-Schokolisator. Kinet Pro-Schokolisator. Den Kinet Pro-Schokolisator evakuiere ich dann natürlich auch aus. Abgefahren. Kann ich da jetzt noch Nachjustierungen eigentlich dran vornehmen? Oder ist das halt dann jedes Mal... Also der ist jetzt so erschaffen. Das wäre also ein Klischsteen, das wäre halt wieder ein voller Wurf drauf. Ja, dann verbocke ich das nur und macht das Ding kaputt. Also lasse ich es wieder so. Und eingepackte Schokobonbons, 1.2 wird dann mit eingepackten Schokobonbons, die noch ein bisschen Lagerenergie haben. Ja. Das ist ja matschend. Was ist schön, wenn da mal gepatzt ist. Wenn du jetzt auch mit einem Schokobon in das Ding lang gehst und das zum Projekt das in irgendeine Richtung fliegt. Das wäre witzig. Nicht in Kombination mit Schokoladenbonbons benutzen. Tödliche Folgen möglich. Hier liegt Valerian. Hier liegt Valerian getötet durch ein Schokobonbon. Ein ballistisches Schokobonbon. Ballistisches Schokobonbon ist gut. Es funktioniert. Ich bin schwer auch begeistert. Was sagt eigentlich hier unser Ali Ali Al- Achmed. Ali Al- Achmed. Der freut sich, dass das so einen guten Eindruck gemacht hat. Der ist mitgekommen. Und Schokobonbons natürlich. Der freut sich auch über Schokobonbon. Der Mann ist halt irgendwie gerade selber 17, 16 oder 17 und hat das Geld für seinen Vater. Ja. Dem gefallen Schokobonbons. Garantiert. Geil. Magische Schokobonbons. Ja. Ja. Die nächsten Tage da werden so aussehen, dass halt recht viele, also es ist halt quasi häufig die Watchierungen und sowas. Man trifft sich immer in Diskussionen auszuführen über Weltanschauung, weil halt jeder hier wacht ist und damit auch von profitiert und weil ich gleichzeitig auch sagen will, ich habe recht, meine Eier sind größer als deine. Also habe ich recht. Ich habe genett, wir haben mein genetter genetter pro Schokulisator gebaut. Deine Eier sind gerade besonders groß. Ich würde eigentlich sagen unsere, aber wir haben mehr recht, aber wenn du es wieder auf die Eier übergehen willst. Das haben wir ja von einem Weinen gewusst. Also ihr habt ja durchaus gutes Ansehen da, weil dieses Ding halt durchaus cool ist. sind nach ein paar Tagen mein Schlagschaden links wieder weg. Ich weiß nicht, wie sich das generiert. Schlafen. Ja, okay, das kriege ich ja inzwischen durch. Die Sinne des Etta haben dann irgendwie einen Turm unterkommen können. Du willst wahrscheinlich nicht über den Turm reinkommen, weil es gibt einfach Schafkartier die vorbeine rennen. oder sowas. Ja, irgendwas. Dieses Schützschild ist so toll. Ein Schokoschild. Schokoschild wäre auch ein schöner Name gewesen. Jetzt will ihr heißen, dass es vor Schokolade schützt. Das wäre kontraproduktiv. Das wäre auch schwer. Was für Veranstaltungen wollt ihr da besuchen? Was macht ihr da sonst? Erzähl mir da mal ein bisschen von. Gibt es einen Rundenzeichen Wettbewerb? Nein, nehme ich nicht. Es gibt halt Formel Wettbewerb und Magie haben eine tolle Formel sie jetzt können. Also es ist so ein bisschen wie Maya. Du sagst dem hinter dir ja, ich glaube dir das und dann machst du selber weiter. Bis dann einer sagt ich glaube dir nicht und dann muss er vorfüllen dass er es kann. Hm, ne, ich kann nicht so viel zu das sagen. Kann Feuerball, das kann wahrscheinlich jeder hier. Ja, zumindest jeder Herr Wehticker. Ich, oder willst du noch was machen? Was kann ich hier aber tun und lernen? Ich glaube ich habe irgendwelche Workjams. Da hast du aktuell nichts lernen. Vielleicht bekommt man sehr vergünstigt dann. Ihr könnt aber den Lehrmeister bekommen um dann Dinge lernen zu können. Das ist quasi mein Mentor. Ja, der kann dir auch nicht alles bei aber du kannst natürlich auch andere Dinge lernen wenn du eine coole Idee hast für was und dein Mentor wahrscheinlich keine Ahnung haben könnte. Ich muss mir jetzt das Buch endlich mal durchlesen damit ich Kräfte zwei habe. Kern zwei ja. Ich kenne zwei gern. Ich versuche mich zu informieren was es auf dem Gebiet der Baterium Wandlung so Neues gibt. Da gibt es viel Zeug. Sünders Eltern sind da sehr aktiv und erzählen dir von Dingen was man mit Eltern machen kann und was hier und was da und was für Toll ... die die Veranstaltung ist Sünders sind da so wie Gentleman Clubs wo gehobene Herren treffen oder von Berichten was sie für tolle wissenschaftliche Entdeckungen gemacht haben. Und teilweise halt es gibt auch welche die davon berichten wie sie irgendwelche Explosionen irgendwohin gemacht haben um da dann tolle Dinge zu entdecken und sowas Es gibt auch immer wieder die Theorie der hohen Erde angesprochen die man bisher noch nicht bestätigen konnte oder nur begrenzt bestätigen aber es Gerüchte gibt von dem und den wer da und den kennt der dann und da hin ist und solche Späße Ah ok Ich hätte gern noch ne Waffe Ich hätte gern noch ne Waffe Ich hätte irgendwas kleines für Messer Darf es ja nicht sein sonst beuglich wenn ich da nichts machen Rechte dann schlagringlich Also dann ja du H Nein Mehr ist immer besser Was hättest du denn gern irgendwas was kleines was ich in meinem Kim Kim Mune Versteckung Also irgendwie entsprechend ein Messer Ja ein Messer wirst du bekommen Aber was Magisches krieg ich nicht dafür bereut dich Du kannst auch hier magische Sachen bekommen Du musst überlegen was und was bereit bist dafür zu zahlen Das ist ein bisschen die Frage was willst du haben kann ich dir dazu sagen was du bekommst Kann man damit irgendwie die Sphären noch Ja man kann sich mit Sphären Ideen reinbringen Das muss du halt kreativ sein was du haben willst Ich könnte mir jetzt Dinge überlegen Aber was ist dein Job als Spieler Ist ja gut ein Messer wenn ich damit jemanden verletze dass ich leichter seine Gedanken manipulieren kann Es wäre irgendwie so richtig und wenn du dann jemanden damit stichst, dann bleibt dann ein Teil dieses Blutes von dir an ihm heften, sodass du damit einen kleinen Anker herstellen kannst. Dann kannst du auf Distanz auch nochmal Dinge auf ihn wirken, ohne ihn zum Beispiel sehen zu müssen. Also kannst du quasi wegen Korrespondenznotwendigkeit reduzieren und Dinge erleichtern. Für so einen Blaswar brauche ich wahrscheinlich Schusswaffen-Klimpys, ne? Ja. Ja, du, ich pinke meinen Kamm auf. Ich habe ja eh schon meinen Kamm. Und mit dem mache ich das gleiche, was du gerade mit diesem Messer durchbeschrieben hast. Willst du einen Kamm in eine Waffe verwandeln? Ne, der Kamm hat einfach so spitze Zähne, dass ich mich und jemand anders damit... Das, ja. Du kannst was hier bekommen. Da gibt es Magier, die dir etwas herzustellen. Die wollen dafür aber zwei Quintessenz haben. Was? Ja. Oder was anderes hast du wieder. Wenn du was anderes sagen gehen kannst, ist das natürlich auch neugierig. Der Kenieter Pro Schokolisator ist nicht verboten. Hm? Das ist einzigartig. Ist auf jeden Fall mehr wert als zwei Quintessenz. Ja, wir haben ja mindestens sechs reingesteckt. Aber auch deswegen sechs, weil ihr ein bisschen inkompetent wart. Christoph. Das war ein Testlauf. Außerdem kriegt man da unendlich viele Schokomorgungs raus. Das Ding ist preislos. Ja, du musst die Kugel für die Geräte schon bezahlen. Mit Geisteskuss kann ich meine Quintessenz wieder erhöhen. Ja. Was ist denn Geisteskuss? Ich glaube, mit Geisteskuss klaust du sie den Geister, oder? Ja. Ja. Ja, das möge ich nicht. Obwohl, ne... Ne, was heißt Clown? Ne, du kannst sie davon überzeugen, dann musst du aber meist was anderes für sie dafür tun. Ach so. Ich umarme die Geister und kann dann entweder mit Kraft und die Quintessenz von denen zu nie übertragen. Das machen eigentlich eher ein... Euthanathos-Leute, aber... Oder wer war das sonst noch? Äh, Traumsänger. Ja genau, Traumsänger. Aber ja, du kannst... Das kann man damit. Du kannst das natürlich auch nutzen. Das ist natürlich auch sinnvoll. Aber ich kann auch einfach mich in meine Hut setzen und die anderen fragen, ob ich wieder Quintessenz kenne. Das kann halt dauern. Aber das geht halt auch. Und damit könnte ich dann quasi Korrespondenz an meinen... Du könntest quasi für Gedankenzauber die Notwendigkeit an Korrespondenz weglösen, indem du halt vorher dich damit verletzt, sodass ein bisschen Blut von dir dran ist und sich dann so kleine Älterchen durchzieht. Und dann kannst du dann halt jemand anders damit halt einmal kämmen, dann hängt dieser Anker nun dran. Oder wie den lässt du den Arm drücken oder sowas. Und dann kannst du auf Distanz Gedanken auf ihn wirken. Das ist doch gut. So zeigt mir das jetzt. Ja, genau. Das ist ein magisches Aspekt, dass du gerade erstanden hast. Oh ja! Das hält dann so lange, bis der sich das Rest zwei Jahre mischt? Oder bis der etwas dagegen macht, du es verharzt oder irgendwie einen Tag lang oder sowas. Und das gehört dann zu Wunder. Genau! Lass mich mal deine Haare kämmen. Warum? Lass mich einfach mal. Lass mich einfach mal machen. Ich bin ja heimlich. Ich kann ja einfach ein bisschen mit... Also... Ihn einmal kurz abpieken. Oh, meine Haare sind schön als vorher. Ich finde die Variante, ihm mein Blut zu übertragen irgendwie... Ja, es passt zum Charakter klar. Ich finde es einfach so ein bisschen... Passender als ihm die Haare zu kämmen. Ja, du würdest beim Haare kämmen ja auch das Blut übertragen. Ja, ja. In seine Kopfbehaarung. Magischer Kram. Man glaubt es passt das ja auch durchaus. Ja, ja. Du hast das Foto nicht gesehen. Was für ein Kimoneutral. Ist so cool. Irgendwann sagt bei ihm kurz aus. Drehst du ihm wirklich IT? Ja, vielleicht jetzt nicht bei diesem Trip, aber... Welches Charisma hast du denn das Erscheinungsbild hast du? Ja, Erscheinungsbild zwei, Charisma drei. Es gucken halt dicke, hässliche Weine runter weg. Ja, mit dem siehst du halt am Mai gut aus. Ich sehe besser aus. Du bist... hast drei? Ja. Ja. Erscheinungsbild drei. Ich bin gut aussehender Isländer, natürlich. Ein blonder Isländer. Ne, nicht blond. Weiß. Ein Weißhaariger. Einer hat mich. Ne, er ist nicht gebleicht, aber... Ich muss gar nicht wissen, wie sieht auch cool aus. Wir sind ja hier quasi im Geister, im Geisterreich. Gibt's denn ja auch ein paar Geister, die... Also, es gibt hier Geister, ja. Die, die hier direkt sind, sind natürlich aber auf Abstand, oder welche, die halt hier eingebaut sind, quasi die halt hier Dinge mitmachen. Äh, die Frage ist halt... Du hast das Schwestern, hast du Punkte im Geister? Nö. Dann kannst du nicht mehr mit denen reden. Wahrscheinlich nehmst du die meisten nicht mal wahr. Ich möchte noch mit jemandem, äh... der auch Gedanken hat, wahrscheinlich dann... Ja, wer auch mal. Einer deiner Traditionsbrüder. Traditionsbrüder einen Gedankenkampf machen. Klar. Auf meiner Stufel. Ich weiß noch nicht, was mir das bringen soll. Ehre und Anerkennung. Mhm. Klar. Ähm... Hoch oder Tief? Okay. Also, meine Tastik wird dann aussehen. Ich kann ja mit... Wo ist mein Stückzettel? Also, ich werde versuchen, einerseits meine Gedanken zu verbergen und Ehebilder zu machen. Und das Ziel ist quasi, den anderen Einbild einzuimpfen, weil wir gegenseitig hoffen, die beiden noch nicht so stark sind, dass wir Gedanken manipulieren können komplett. Also, die Ehebilder eher Geistesschläge austauschen, bis halt einer so benommen wird, dass er sich hinsetzen muss. Ja, irgendwie so. Also, irgendwie... Was hattest du als Fokus für Gedanken? Ähm... Das... Moment... Was war das denn? Handzeichen? Ach ne... Formel... Formel aussagen. Das heißt, du wirst wahrscheinlich deine entsprechenden Formeln... Also, das ist halt irgendwie... Asiatische... Die... Es gibt ja diese... Ach so. Entschuldigung. Rücken wir den Rest dazu auf? Dann machen wir eine kurze Pause.